Die Debatte über die weitere Nutzung von Atomkraftwerken in Deutschland reißt nicht ab. Bundesfinanzminister Lindner brachte in der BILD am Sonntag erneut ins Spiel, die Laufzeiten der AKW zu verlängern. Zur Begründung sagte er, man müsse die Stromproduktion mithilfe von Gas stoppen und stattdessen andere Kapazitäten erhalten. Auch der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sprach sich dafür aus, die letzten deutschen Atomkraftwerke nicht wie geplant zum Jahresende abzuschalten. Darüber hinaus regte Verbandspräsident Wolf in den Zeitungen der Funke Mediengruppe an, auch den Neubau von Atomkraftwerken zu diskutieren.